Boah, Alter, wer hat denn bei dir Mesh-Editing gemacht? Keine Ahnung, wer hat irgendjemand ins Fels gepompt. Aber sag mal, was hast du für ein rückiges Material assigned? Boah, sieht nicht gut aus. Nee, es geht mal gar nicht. Besser? Jo, besser. Mann, scheiß Snapping. Ich geh jetzt meinen Freundin mürchen. Oh, scheiße. Mann, Pferd, ein Duplikat reicht ja wohl. Ja, ich undo ja schon. Mann, Mann, Mann. Jo, Peter, Joint? Jo, geht klar. Sau geil. Aber dann machen wir gleich einen Combine-Joint. Na dann, los geht's. Jo. Ah, fuck. Zack, ich save mal noch die Seen.